jo hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal die die jetzt schon was länger da sind sind meine alte begrüßung gewohnt ich sag einfach mal hallo meine lieben gamers such dies und willkommen hier wieder zurück bei eurem blackie die die mich jetzt noch nicht kennen ich bin black man war adias marco und heiße euch hier herzlich willkommen auf meinem kanal und ich wollte einfach mal für die community also die jetzt schon länger echt hier sind mal ein informationsvideo raushauen für die die jetzt noch nicht so lange da sind ja ihr könnt euch einfach auch kurz anhören was ich gerade schnell ja zu sagen wir sind ja natürlich in mein kopf in unserer welt die dem stream der weise oder in den aufnahmen so die kennt das schon es geht um folgendes ich habe aus verschiedenen gründen manche wissen manche wissen mehr manche etwas weniger warum lange nichts mehr hochgeladen es hat private gründe gehabt die jetzt sich langsam in nichts auflösen wie gesagt die jetzt schon länger dabei sind wissen was ich meine die neuen brauchen es nicht wissen es ist halt privat und hat auch so weit niemanden was anzugehen würde ich jetzt mal so behaupten ja nichtsdestotrotz ist es auf jeden fall so ist wird hier auf dem kanal jetzt wieder leben geben ich bin wieder da ich habe zeit und zwar wird jeden also ich sag mal so ich bin übertreiben mindestens jeden zweiten tag wird ein video erscheinen wenn ich sogar jeden tag ich sag extra jeden zweiten weil ich bin nicht immer verfügbar nennen das so die jetzt wieder sagt länger dabei sind wissen was ich damit meine ich bin halt nicht ich habe halt keine keine frau an meiner seite bin alleinerziehenden meine tochter deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger bis ich vielleicht dann auch mal wieder was hochlade was denke ich mir mal verständlich ist oder sein sollte für jeden wenn nicht dann tut es mir echt leid aber so ist es halt nun mal und daran lässt sich auch nichts rütteln und wenn euch hier minecraft und so gefällt und ihr gerne mehr wissen und mehr sehen wollen würdet es gibt auch ein livestream von mir da könnt ihr gerne vorweich schneien und einfach mal hallöchen rufen ansonsten wie gesagt einfach mal so als informationsvideo für euch es wird demnächst hier wieder leben geben also lasst ein abo da und ganz wichtig schaltet die verdammte glocke ein neben dem abo button gibt es eine glocke da seht ihr jedes mal also kriegt ihr eine benachrichtigung wenn ich was neues hochlade es würde mich sehr freuen eure unterstützung zu haben oder wieder zu kriegen sagen wir es so und ja vielleicht sehen wir uns im nächsten livestream aber bis dahin wünsche ich euch alles liebe alles gute und ja viel spaß bei den nächsten videos tschüss